Ich lese das Berufsschulbuch der junge Koch, die junge Köchin. Das ist das Berufsschulbuch für Köche und es ist ganz ohne Serifen geschrieben worden. Deshalb ist es ein bisschen schwer zu lesen. Mit dem Inhalt bin ich auch nicht einverstanden. Es ist kein schönes Buch, es ist aber das Berufsschulbuch für Köche. Deshalb wird es vorgelesen. So, es geht um Betriebshygiene. Und das steht im Kapitel Umwelt- und Verbraucherschutz unter 2.3 Verordnung über Lebensmittelhygiene. Verordnung über Lebensmittelhygiene, Basishygiene in Teileinführung. So, Betriebshygiene. Hygienisch einwandfreies Arbeiten ist nur dort möglich, wo auch die äußeren Voraussetzungen dazu vorhanden sind. Zum Schutze des Verbrauchers nennen Gesetze und Verordnungen Mindestanforderungen. Betriebsräume müssen darum von den entsprechenden Behörden genehmigt werden. Voraussetzungen sind, Wände müssen hell und leicht zu reinigen sein. Nur so wird eine Verschmutzung leicht erkannt und ist problemlos zu entfernen. Darum sollen die Wände bis zu mindestens 2 Meter Höhe mit Fliesen belegt oder wenigstens mit heller Ölfarbe gestrichen sein. Fußböden müssen wasserdicht sein. Darum verwendet man in der Regel Fliesen und verschließt die verbleibenden Fugen mit Zement. So, es ist serifinose Schrift, es ist schlecht zu lesen. Die Rutschgefahr wird herabgesetzt durch eine besondere Oberflächengestaltung, wie z.B. durch Nocken oder Stege. Toiletten müssen so angeordnet sein, dass sie nicht direkt mit den Produktionsräumen in Verbindung stehen. So wird die Gefahr der Keimverschleppung herabgesetzt. Waschplätze müssen sich in der Nähe der Arbeitsplätze befinden und mit fließendem Wasser ausgestattet sein. Sie müssen getrennt von den Reinigungsbecken für Geschirr oder Rohstoffe angebracht werden. Kühlräume sind sauber zu halten, denn Lebensmittelreste und Verschmutzungen bieten Bakterien Nahrung. Zwischenreinigen verbessert die Hygiene nach jedem Arbeitsvorgang Arbeitsfläche und Geräte reinigen. Tücher, die in der Küche verwendet werden, sind täglich zu waschen. Bei Spülmaschinen dürfen Programme in Klammern Zeit-Temperatur-Klammer zu nicht geändert werden, denn unter geänderten Bedingungen können Bakterien überleben. Ungeziefer ist zu bekämpfen, denn es kann Keime übertragen. So, das ist der Text für heute. Dann gibt es eine Abbildung, hochgezogene Fliesen verhindern Schmutzablagerung in einer Edelstahlküche. Ich kann das mal mal zeigen. Hier, unten am Fuß der Küche hat man die hochgezogenen Fliesen. Dann gibt es hier noch zwei Punkte am Rand. Erster Punkt, das Lebensmittelrecht schreibt vor, dass die Einrichtungsgegenstände, fahrtlich heraufgesetzt, so beschaffen sein müssen, dass sie bei bestimmungsgemäßen Gebrauch die menschliche Gesundheit nicht schädigen können. Darum dürfen sie nicht rosten und müssen leicht zu einigen sein. Warum Rost jetzt gesundheitsschädlich ist, ist mir nicht ganz so klar. Neben den Eigenschaften des Materials, das zur Herstellung von Einrichtungsgegenständen verwendet wird, kommt es wesentlich auf die Art der Formgebung und Verarbeitung an. Ich rede mich gerade über das Thema Rost auf. Rost ist alles und nicht gesundheitsschädlich. Eisenrost, ich rede von rotem Eisenrost. Jetzt nicht Kupfersparen oder sowas. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Wenn Töpfe heiß gemacht werden, die mich so ein bisschen rosten, dann gehe ich auch von der gesundheitsschädlichen Individu aus. Hier steht ziemlich viel Scheiß in dem Buch. Wo keine Schmutzengen sind, also wir sind bei der Art und Formgebung der Verarbeitung von Einrichtungsgegenständen. Wo keine Schmutzengen sind, kann sich auch kein Schmutz festsetzen. Daran sollte auch bei der Auswahl der Geräte gedacht werden. Ja, schön. Das mit dem Rost ist vollkommen daneben. Es gibt gesundheitsschädliche Stahlregierungen, die sollte man nicht verwenden, die rosten nicht. Chrom hat im Essen nichts zu suchen und so. Damit schließe ich und ich sage es nochmal, mit dem Inhalt dieses Buches bin ich überhaupt nicht einverstanden. Und der Druck sagt, es ist auch komplette Scheiße. So, ich lege mich jetzt fest. Amen. 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 Amen.